Hit Radio FFH sucht Hessens Next Topwitz. Treffen sich zwei Mäusedamen im Keller. Lange nicht gesehen, sagt die eine. Ging nicht, sagt die andere. Bin verliebt. So, in wen denn? Schau mal dort rüber, da kommt er gerade. Was? Das ist doch keine richtige Maus, das ist eine Fledermaus. Wie bitte? Eine Fledermaus? Mir hat er gesagt, er wäre Pilot. Hessens Next Topwitz. Jeden Morgen bei Hit Radio FFH. Und was ist dein Lieblingswitz? Schick ihn uns per WhatsApp Sprachnachricht. 069 19 72 5 055 1932 25 74 5